Kurze Zwischenfrage, weil wir gerade über Religion geredet haben. Heute Sonntag ist einer von Ihnen beiden in der Kirche gewesen heute. Ich war heute nicht in der Kirche. Ich war heute nicht in, ich war heute in einer Kapelle und ich war auf einem Friedhof heute bei meinem Freund Frank Schirrmacher, der in Sakro beerdigt ist, dessen Grab und die kleine Kapelle habe ich heute besucht. Bei wem über die Religion der anderen reden, dachte ich, wäre es mal interessant zu wissen, wie Sie waren. Ich war, wenn es dann darum geht, gestern in einer Kirche, weil da mein Vater seinen Todestag hatte. Und da habe ich in der kleinen Kirche, die er sehr aufgebaut hat, an ihn gedacht. Wahrscheinlich haben wir im stillen Kämmerlein beide gebetet heute. Wir wollten tatsächlich in der Frage der Integrationskommission...